So, und wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und willkommen zu Wolong von Destiny. Ich werde hier mal weiter machen. Und das erste, was ich hier tue, bevor ich es vergesse, oh, ja, Dinge loswerden. Damit ich wieder ein bisschen mehr Platz für neue Sachen habe, die vielleicht besser sind. Mal schauen, ob ich so viel Glück habe. Ich brauche, glaube ich, echt mehr Glück damit, dass die Sachen getroppt werden. Von den anderen Kopfdingern habe ich nichts vernünftiges, dass es Glück hat. Naja, das werde ich schnell machen und dann geht's auf zur Hauptschlacht. Zur Hauptschlacht. Ich habe den Schüsse immer noch nicht gefunden. So klein eingeworben. Das ist jetzt nicht zu viel da hinter dem Ding, oder? Was ist denn da jetzt? Ich habe es verbrannt. Ich glaube das ist einfach nur da, dass man von der anderen Seite wieder rüberkommt. Ich brauche unbedingt die Schüsse. 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 Es wird ja alles so auf plus 2 übergekommen, wenn man zu fragen. Alle Prüfungen entfernen? Krass. Krass. Ja, geht doch einfacher. Oder ist jetzt sogar Glück? Na egal. Ich muss die Dinge loswerden. Ich brauche Platz. Ich mache jetzt alles, was Sendenheit 2 oder niedriger hat, weg. Und dann schaue ich wegen der Art, dass ich nichts doppelt und dreifach habe. Nur als das bessere Behalter. Oh, das gibt viel. Hatte ich das? Ne, ich glaube das war auf 3 oder? Ja. 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 Dann kann ich das eigentlich los hören. Ja. 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 Das ist total gut. Das ist da vielleicht eine Sache behalten. Dafür habe ich 3 Stück, ok. Blitzschaden, Sonnertöte, Hörsteller, Nahkonferenzschaden, zugefügte Schaden, 2,1, maximale Verbrennungen auf die Gegnern, ok, das kann ganz nice sein. Wobei, Blitzwiderstand... Na komm. Ach, das habe ich favorisiert, ja, dann nehme ich das andere weg. Ah, der Helm hat Glück! Aber das ist wirklich schön! Ja, ich behalte das mal. Andere ist, wenn ich die Rüstung ablege, könnte das vielleicht auch noch funktionieren. Und dann, wenn ich die Rüstung bin, dann bin ich nicht gut. Und dann bin ich nicht gut. Und dann bin ich nicht gut. So dass ich von da an nur noch eine Sache übrig habe oder so, oder wenigstens zwei. Pemdo rotzt dann aber noch ziemlich viel übrig. Na gut jetzt kommen wir jetzt mit den Waffen, da habe ich auch sehr viel. Aber ich habe jetzt schon wieder fast die Hälfte weg gemacht, krass. Bambusbogen. Das hat Glück. Das hat auch Glück. Danke. 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 Ist das überhaupt... Nee, funktioniert nicht, aber... Er würde auch komisch aussehen. Okay. Ich check jetzt noch mal kurz ab. Eisensperrdom habe ich. Da will ich eigentlich nichts ändern. So... 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 Ich bin damit immer noch zu schwer. Brutaler Bärenkrieger, ja... Brutaler Bärenkrieger, ja... Naja, ich bräuchte ne Rüstung, allme Glück, weil es nicht da zu schwer ist. Was hatte ich jetzt? Ah, das hatte ich. Oh, hatte ich gerade ausgerüstet. Ja. Ich hoffe es hat, äh. Ah, bin ich fast wieder um zwei Sachen leichter geworden. Ja, also ich bräuchte eine, ich müsste echt bei erder jetzt. Warte mal. Für mehr Glück. Warte, wie viel ist das jetzt? 23 plus, okay. Naja. Andererseits. Ich habe ja genug. Ja. 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 Das ist der erste, okay. Jetzt gehen wir. spüren glück ist er sonst sehr gut das bringt sogar mehr glücker so ich bin gespannt ob ich das auch bei der mann ja wirklich oder vergesse ich steinwiderstand aber ja fernkraft kopfschuss schaden das schon was ich weiß nicht kann ich das auch auf einer waffe bekommen glück welches speziell vielleicht brauche ich dann gar nicht bei den waffen welches straitachs plus drei ist so krass ja lager holz per bus 5 da eventuell Ja, da könnte ich Tuch heute probieren, aber ich habe immer noch kein Schammer, was das macht. Was ist Enzyklopoli? Oh, da gibt es viel. Was ist Enzyklopoli? Was, wenn dann Schwulstufe 5 oder höher steckt, verbessert sich die Leistung von Kriegen, die mit dir alliiert sind, zu einer Seite und Seite Kraft. Okay. Also. Ja, keine Ahnung. Ich bin mal dran. Oh, da bekomme ich jetzt sonst weniger Acker. Ja, ich glaube, bei den Waffen bekomme ich das Glück nicht drauf. Oder nichts mehr ist da. Nein, das sieht nicht so aus. Ist so scheiße, ist das eigentlich gar nicht. Nein. Boah, okay, mit einem anderen bin ich mir echt sonst sicher. Ja. Okay, das ist natürlich alles klar. so Untertitelung des ZDF, 2020 Wer mir anerklären könnte, was genau das vorige Morgen ist, ja? Ach komm, ist doch egal Kann ich mittlerweile was besseres kaufen? Giftungsdrucken Alles immer nur einschauen? Nee So verdach Und das hat mir jetzt wieder eine halbe Stunde gekostet Ah Gott Ich habe auf jeden Fall jetzt mehr Glück Müsste ich haben Das ist immer ein Glück Da haben wir doch dann viel zurück Macht das irgendwie gerade Sinn? Eigentlich müsste ich mir Ähm 36,28 Moment, ich hatte da vor allem Das sind acht weniger Da wäre ich bei 122 Ähm Dann nochmal 52 Ich müsste über 170 haben An Glück Verstehe ich nicht ganz Doch Deine Höhe Höhe chunk Das machte absolut keinen Sinn, oder? Moment mal. Das sind 58, 50, 50, das sind 86, ja, 122, das sind 122, plus Glück. Ey, die Fernkampf war von 10 nicht, oder was, für Glück, das ist ja schon eine Reihe. Wofür bringt das dann nicht aus? Doch. Doch. Oder brauche ich Munitionen? Oder brauche ich mich? Oder brauche ich mich? Ja. 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 So, jetzt will ich es aber auch austesten, äh, austesten, ob da noch mehr wird, oder ob auch 148 die Grenze ist, ja. Okay, ich checke es nicht ganz. Also irgendwas davon zählt nicht. Ich habe da doch auch Glück auf S***er, S***er. Schweinerei. Also eigentlich müsste ich über nur 70 haben. Okay, das ist ja keiner durch. Okay, das ist ja keiner durch. Dafür habe ich drei Stück, wow. Genau. Rein, erst. Einmal. Ja. So, jetzt habe ich nur 122. 148. 148. Geht bei das, ne? Okay. Also, weiß ich nicht. Irgendwie... Weiß ich nicht. Bei dem Fernkopf zählt es beides als eine, aber auch als einen Effekt. Das mit den, äh, 26 Stück. Finde ich ein bisschen Scheiße, aber gut. Warum auch immer. Da fiel mir dann einfach 26 Stück. Finde ich eine Frecherei. Ja. Na ja, kann man nichts daran erinnern. Ja. 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 Gehe ich nicht ganz, aber wenn das mit dem Glücks so nicht funktioniert. Oh, für den Glück müsste ich da echt was bei Erde machen. Tür 9 Chiang Yang Kommandantur nahen Provinz Yang, die wichtigste Stadt der Provinz Yang, befindet sich am Südende des Nanyang Beckens. Mit der Stadt vorne auf der anderen Seite des Beckens im Norden und mit Zugang auf alle Richtungen ist die Kontrolle über Chiang Yang für jeden Kriegswürsten, der das Land erobern will, von großer Wichtigkeit. Die Politik von Liu Biao, des Inspektors der Provinz Yang, schuf schnelle wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung und da Handelsschiffe von der Provinz Flaut beschützt wurden, wurde die Stadt zu einem sicheren Zufluchtsort. Liu Biao richtete einen hohen Pavillon vor der Stadt, wo er insgesamt in Himmeltribute opferte. Der Pavillon wurde nach seinem Beinamen Ching-Sheng Pavillon genannt und könnte ein Zeichen seines großen Ehrgeizes gewesen sein. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Unser Stütz sitzt an The fuck if I saw those movies on a ich habe den sprung doch nie mal so war das komme ich ja nichts weiter anscheinend ach kaum noch mehr Ouch Oh mein Gott, ey Ah, wir haben eine andere Bahn jetzt Wurde alles sein Quann. Hä? Ist das schon weg oder was? Alex, ja Oh... Achtung meine Güte, was macht der für ein Damage? Oh, das ist wirklich ein Damage. Ich habe ihn nicht. 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 Wow, Benetters. Was ist das für ein Dreckswerber? Bist du jetzt echt runtergesprungen? Ey, wie behindert ist das, das Werber? Jetzt mal ohne Witz. Warum verrück ich hier im Wasser? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Ach du Scheiße! Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Ja, da haben die echt gut gemacht, das haben die echt gut gemacht. Kann man nicht wirklich dazu schauen? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Wann, du hast nicht die letzte Mal ein 3? Ach, ich werde da wohl nicht drüber kommen, oder? Ja... Nope, vermute ich nicht. aber ich muss doch hoch weil das bunt aber auch meine gott einer selten hat das ist schon ein bisschen bedroht der typ das geht teilweise das war ich weiß nicht ob das padambaggis oder das dazugehört ok dann wollen wir mal oh mein gott das war ja ein fehler er hat mich ansprechen Komm, mach deine kritische Muffe Warum bist du so schnell am Marsch, ey? Also in den Dennis Avaros Zeiten, da hatte ich das irgendwie anders im Kopf, dass Sanky eigentlich schon der stärkere Bruder war von den beiden Ja, was greift uns da jetzt an? Wurfmesser So, und was hat er beschützt? Großer, aber jetzt haben wir drei, okay, plus drei Na ja Oh mein Gott Noch schon ne Großer Kommt er nicht weiter? Was? Ach du mein Oh, da ist noch sowas Oh nö Ja, kommst du jetzt hier? Ja, kommst du jetzt hier? Ja, kommst du jetzt hier? Ja, Mann, was ist mit dir? Okay, dann mach ich dich so verrück Hey, jetzt kommt der Mann her Du bist schon komisch Ja Ach Gott Mach ich nach du, Alkanzahn Mach ich dich, Alkanzahn Oh mein Gott, ja Meine Güte, stellst du dich an. Und was sind die beiden jetzt beschützt? Hoffentlich was Besseres. Er ist eh die Stein verknallt, oh Gott. Runterknattern, das muss ich nicht heruntertreten. Ja, das ist auch klar. da mussten sie jetzt auch kratzen und warum muss ich gar nicht aber da ist schon die nächste stand alles sehr schön ja dann muss ich nicht zurücklaufen perfekt ich kann das sicher rüber rüber aufs dach das hat tatsächlich was sagen sechs lehler drei stück aus der gott dass ich das besucht aber da lohnt sich jedes kleine äckchen zu machen so ich werde für meinen gefahren das hat nicht gerade viel bei der morgen 6 ok ich hab 6 und halb das sieht schon wieder fast verdächtig aus da irgendwas plötzlich mich angreift aber das tut es nicht weil ich hoffe ich komme aus diesem scheiß drüge raus kann ich das kaputt machen aber ich kann da hoch und ja gut dass ich gehe meine eigenen aber immer um bin das genau so was jetzt Oh mein Gott! Runtertreten Er- Oh mein Gott, ich hab das Er- 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 Före! Huaaaah! Före, Kasson. Oh no! oh no 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 was ist das ist er jetzt erledigt das spiel macht mir vertreten als verbindung was machst du 50 klar so recht reicht die nächste schufe ich sehe es schon ich muss da wieder rund um ein boot da zu aktivieren damit ich da wieder einen schock hat aber interessant eine g an der anderen seite das ist ich müsste irgendwie glaube ich von außer oder von oben ich habe es mir so schon gedacht nee also von hier aus komme ich anscheinend nicht auf der andere satte allerdings kann ich da auch sprühen muss ich irgendwie von unten oder was ja muss daran aber ich sehe hier das hätte ich nicht davon war Meine Fresse, da zieht mir noch so viel, ey, Wahnsinn. Irrgerlich. Ich würde hier eigentlich nicht sterben. Das ist ja auch keiner wirklich helfen, ne? Der... ist der jetzt schon wieder am Marsch? What the fuck? Was ist los mit euch, ey? Warum funktioniert das nicht mehr? Oh, Katastrophe, ey. Absolute Katastrophe, was da gerade abgeht, ey. So, du fucking Tabra, hör auf mit, dein scheiß Magie. Oh, da ist eine Magie und Schwager. Ach, meine Fresse. Das Spiel macht mich, ja, Raga, Raga. Ah. das hat auch schon mal deutlich besser funktioniere das hat auch schon mal deutlich besser funktioniert so ja da kann ich dann auch jetzt und das ist ja schön dass an der markierungsfolge krass dass jemand gerade auch da ist hier an der stelle und gerade dann an typen erledigt hat den ich nicht schaffen konnte da das hier ein beschissenes enges gebiet was kämpfen wir da ich bin ein bisschen wo bin ich jetzt überhaupt dieser dreckige bastarde und wo geht es jetzt weiter also mal los war sind es zwei wege die zu einem von schutz schon ich bin von wo bin ich denn gekommen von da oder von da oben naja von da oben bin ich schon mal durchgekommen oder ne von da aus da liegt ja noch was ok ich sehe da tatsächlich dann nur einen weg ok das war alles nur für eine markierungsfolge ok gut zu wissen habe ich das nicht gerade eben aufgehoben da sieht man nicht ich vergesse diese move immer hat das auch was mit wind zu tun wie viel schaden ich bekomme ich habe das gefühl dass ich jetzt schon ein bisschen weniger schaden bekommen habe von jemals normalerweise was hat mich du dreckige zauberer meine güte oh nicht gut ey komm ich da mal wieder hoch spiel meine fresse das ist echt bei einer da ja du bist so ein wirkser ja da ist aber kein Problem ich gehe wieder runter ich gehe wieder runter wow irgendwie habe ich es geschafft und das hat sich nicht gelohnt ein alles ich gehe immer schon sagen ey das sind mehr andere gebiete lieber sogar wenn mich über 1000 Meter ein Werk in Blitz verfolgt finde ich es immer noch besser als hier ständig irgendwie abzusopfen cool also ich meine das hat schon was von äh Chibi ok sieht nichts aus als könnte ich irgendwie hinten an den anderen aber der entdeckt mich irgendwie nicht danke für deine Lebensspende auch wenn das jetzt nicht gerade das Spiel war weil ich eine Hand dran könnte vorgenommen habe aber egal wofür habe ich das jetzt gemacht wofür habe ich ihn jetzt erledigt gute Frage ok da an der Stelle war ich eigentlich schon ja eigentlich völlig umsonst aber gut ich habe halt noch ein bisschen Chimik genommen das ist beschwerde ernsthaft wofür messer wofür 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 äh ich hätte gerne mal wieder eine Standorte oder so ich habe eine 2 Markierungsform besetzt ja was noch nicht ob mir das gefällt wofür 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 nicht ganz ganz wandern na nuovo Oh, das könnte gerade durchwärmen. Nee, okay. Nee, das ist überhaupt nicht. Wo denn, Tyler? Ernsthaft jetzt? Ey, was für eine Schweinerei. Ja, das waren schon wirklich andere Spiele, Alter. Oh Gott, ich muss den ganzen Scheißdreck wieder gehen, ey. Wahnsinn. Oh, ist das anstrengender. Meine Fresse, wirklich. Oh, mein Gott. Ey, dieser Scheißzauber geht mir so auf den Sack, ey. Ohne Witz. Fick dich, ey. Der lebt da noch. Oh, da, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Warum hat er das jetzt nicht von Elk, Tadea? Oh, jetzt brauchen wir hier, hier stunden Oh Gott, das kann doch nicht sein, dass ich das überlebt habe Nee, also dazu sage ich jetzt nichts mehr Oh Gott, das war so gefahren Warum sind die so wieder gestorben, ne? Sooo, ich nehm den Nervenkürzungen herz Als ob du es zu schnell zaubern kannst So, bin ich wieder da hingekommen Oh, nicht vom Leichendärmer, nein Ach, erfolgreich Okay, das war doch nicht der Leichendärmer Aber da sind andere Leute dann schon draufgegangen Was hat mehr Schu... Kraft? Nicht so nötig, äh, haben wir nichts unverstanden Ah, das wird sicherlich nice, ne? Komme ich da nicht hoch? Doch Oh, nein, jetzt habe ich da auf diesen Blitz... äh, Blitze... Boah, da hatte ich jetzt schon beim letzten Markierungsflager Aber gut Wie komme ich da wieder runter? Ah, ja... 36... Habe ich schon mal gesagt, wie scheiße ich das, wenn wir hier alles... okay... Jetzt aber... Gritzelein ist... äh... Okay... Das sind dekorativer Dings... Oh mein Gott, ey... Hey, das sind ganz schwache Sachen, die ich hier bekomme... Was soll das Dreck? Ja, 3 Stunden... Bei so viel Glück... Einsam... Ich hätte schon irgendwen mehr erwartet... Oh mein Gott, ey... Ganz schwache Sachen... Ach, Wuppenwait... Ich wollte mir das nochmal an unsinn... An Bord eines Kriegsschiffs mit weißen Segeln gefunden... Und es ist schon vom Ketten des Schiffs verfasst worden zu sein... Wann ist die Marina der Provinz Yeng... Die uns Angriff so sehr gewachsen... Der große Fluss war und zu erreichen... Und nun sind wir so ohnmächtig... Wir müssen uns zurückziehen und auf weitere Gelegenheit warten... Ich werde zurückschauen und diesen Fluss jetzt zurückerobern... How the hell... Wie zu hell komme ich da jetzt wieder zurück, ey... Das ist eine gute Frage... Hat er da nichts gedroppt? Ach, Moment mal... Ich kann da ja ganz easy wieder runter springen... Habe ich vergessen... Aber... Da war jetzt nichts mehr, oder? Ne... Schalkate habe ich auch... Freigelegt... Irgendwo da ist anscheinend ein Leichennelmon... Das war aber jetzt kein Leichennelmon, oder? Verbrannt... Oh, ich glaube das kommt aus dem Tor, oder? Also... Okay... Das ist jetzt nur ein Witz hier... Oh mein Gott, ey... Was muss der mich so dreckig treffen, ey... Muss der mich so dreckig treffen, ey... Was ist das denn? Was der fuck ist das shit? Ach komm... War das wieder ein anderer Spieler, oder was? Habe ich nicht irgendwie einen Shortcut oder so gemacht? Wo ist denn der Shortcut? Uff... Ja, ein richtiger Shortcut ist das jetzt auch nicht... Jungs... Und so... Und so... Da war es. Geht so... Ich hab hier... Ich hab hier... Ich hab hier... Jungs! Das ist echt lustig. Kann ich jetzt verdammt nochmal weiterkommen ey, wie hast du die Stelle mittlerweile? Pfff, das ist echt lustig. Kann hier nicht mal irgendwo ein Standardpunkt sein oder so? Ja. Das ist echt lustig. Das ist echt lustig. Das ist echt lustig. Das ist echt lustig. Wahnsinn. Gib mir das auf einen Suck mittlerweile, aber sowas von ey. Heiliger Dreck. Meine Güte. Das ist echt lustig. Ich hab natürlich wieder alles verschossen ey. Das ist echt lustig. Das ist echt lustig. Ich bekomme einen Anfall. Ich bekomme so einen riesen Anfall gerade. Wahnsinn. Ich hab jetzt schon wieder so viel verbraucht ey. Wo kommt der Scheiße Ege jetzt plötzlich her? Ich dachte mit hohen Willen würde ich mehr Willensschaden machen, aber das sah jetzt nicht wirklich Das sieht nach mehr Schaden aus. Oh ne Güte ey. Ich hab da hab ich... Oh nicht schon wieder ey. Komm fick dich doch du scheiß Hohen zu Typ ey. Bastlich an ich zärt vas. Mhm. Ich hab dich zu sagen. Ich hab' Kräfe. Um? Dfangs? Ich hab' Kräfe K Contract. I simplest get African und Schaden. Ich hab' Kräfe. Es ist ein Sektor nach 3 Standard und äh Dreh dich am Oh mein Gott 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 Oh 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 mein Gott 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 das ist nicht da wo ich an worte ich gehe wieder zurück ich dachte ich fühle das sind keine wörterin gehen nee ich gehe wieder zurück was für ein schwachsinn ist das ich komme gerade irgendwie nicht nee moment mal dann muss ich dir auch erledigen jetzt musst du runterfallen was ist das für ein schmutz ja so sieht er mir nicht direkt wenn ich komme der hat mich zum glück nicht gesehen ich hoffe dass die treffen oder meine kamera machen das für mich ist das hat doch verrückt ich hasse ich will etwas ist das nur ich wie ist hier denn an das spiel ist so bescheuert ohne witz ja ich bekomme den von der mensch ab was ist das war wie start wie start wie start das ist komplett bescheuert ohne witz meine in der fresse unglaublich ich habe es sich extra lange denn ein an und alles gut ich verstehe das scheiß nicht wie soll wie sieht man gerade plötzlich dann automatisch direkt den anderen an richtig behindert kann ich absolut nicht nachvollziehen wie behindert ist die scheiße dann gibt mein key wieder zurück meine güte das connect hat wenigstens jetzt geiler scheiße also was funktioniert hier tatsächlich irgendetwas funktioniert ja doch noch meine güte ich kriege einen anfang ja der fliegt wieder runter weil das weil der bock drauf hat ja widerlich hätte gerne meine key wieder zurück das sind mir aber viel zu viele geht noch garter ja 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 Was macht ihr da? Ne, der hat mich jetzt nicht bemerkt, oder? Oh Gott, hey, das, äh, das ist so abgefuckt, ey, das ist so total abgefuckt, ohne wird's, äh... Looks like we've got a foe that's not a pushover for once. Jetzt geht dieser scheiß Standardpunkt und meine Keys zurück. Der steht ja immer noch da. Oh mein Gott. Well, meiner Wege. Ja. 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 Undere. so was wir müssen noch andere die um mich herum 206.000 Was ist das? ja 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 das hat mir echt zeit gekostet gerade ich bin nur einmal verrägt an deinen scheiß 25 bin ich jetzt wir finden auch drei markierungsfarbe oder einer stand oder naja dir kommen was war denke ich mal oder da habe ich noch eine trübe sind krass verbrennungsaufbau kälte aufbauen dann kann man doch schockaufbau begegnen na wer der glück dabei ist deutlich schwerer da jetzt in doch so das bekommen nicht wirklich wir kommen auch kaum munition das hätte schon wieder erledigt ok das macht anträger ob es daran doch und da ist so ok heidegger lotus oh ich sehe den letzten standardpunkt so mal abchecken sie hier noch ein anderer geht nein einen anderen geht nein ich sehe den markierungsfarbe also ich werde ihn mit ja nicht die richtig wir bekommen sechs sterben das können jetzt das kann ja Er ist unglaublich. Während wir unsere Strategie-Meeting haben, er hat sich in die Dämonen geflogen. Nachdem ich auf die Need für Kassion gemacht hat. Nachdem wir gekommen sind, Xiangyang war bereits ein Hord von Dämonen geflogen. Los geht's. Ich schaffe mich für meine Vater. Schaffe ich es noch bis zum nächsten Punkt, zum nächsten Standardpunkt, ohne meine IQ zu verlieren. Ich schätze schon. Wait, nee, schaffe ich es nicht. Okay, ich schwirb. Stufenaufstieg. Da würde ich noch zwei machen. Oder vier Level-Ups. Nee, ich mache eher Kraft. So, da habe ich wieder was Neues bekommen. Ach das. Immer noch zu schwer. Wenn ich das jetzt abrüste. Dann bin ich immer noch auf P. Dann hat das überhaupt nichts gebraucht. Nee, dann mache ich das anders. Ich werde jetzt noch zwei Stufen auf Wasser machen. Und der Rest dann noch für da. Bis ich endlich mal genug Platz habe. Ja. Ohja, die stehen jetzt... Ach ne, mach. Um mich herum nicht. Ja, hat mich direkt gesehen. Ah! Ich bin nicht so schnell, ich bin nicht so schnell. Kriegskunst schassiger Kriegskunst schassiger 3 Seiten hat Wieso fällt mir einfach ne Anliebe jetzt immer noch ein Zu einer schon wieder Was ist das? 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 Ach das ist um rüber zu kommen Okay Was ist das? 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 Kann eh nur da irgendwo sein Tagebuch, eine Bewohnerung von Xiong-Yong Schwester ging aus, um am Fluss Kleidung zu waschen, aber sie kehrte nie zurück, du versprachst einen geliebten zu vergessen, der im Kampf starb und mit mir zu leben, aber du logst mich an und starbst, du hießt mich zurück und starb. Du sterbst allein Was für mental Ich dachte, da würde jetzt irgendwas großes kommen Hm Hm Wie weiterfühlt das Kapitel ist Wie weiterfühlt das Was 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 Ja, das Spiel wird mich verarschen. Ja, das Spiel wird mich verarschen. Ja, das Spiel wird mich verarschen. Sechstausend Wo bin ich hier jetzt schon wieder? Ach, das war zu Fick dich doch, lass mich erst mal aufmachen Was, das hat mich getätet? Ja, ich brauche auch Unterstützung Na, wenigstens konnte ich das noch mal Hey, das Ding war so riesig, das muss doch irgendwo rauskommen Ach da Oha Oha Oh Gott, ja Ach, widerlich einfach Ja, ich brauche Ich brauche das Ich brauche es nicht Ich brauche es nicht Ich brauche es nicht Hallo Gritze Sexstall, oh nice Sachen machen Sachen Naja, bis auf ein paar kleine Schwierigkeiten, die ich normalerweise immer bei solchen Games habe, komme ich ja nicht ziemlich gut um Es hat nur das ganze erkunden, dass... Ich komme da nicht mehr zurück, oder? Ach mein Gott Ja, muss ich nochmal runter um Oder? Wie ich in den Armen laufen? Oder kann ich ihn von hinten? Achso, das ist... Ja, die sehen mich doch kaum, ey Weg mit dir Was war das jetzt? Da... war ich schon, oder? Ja... Den Tor habe ich dann auch in der Markeringsfolge übersehen, ich denke mal, da wo der eine... Gefährliche Typ ist... Der einen richtig schöner Popfocken kann Ach komm, ich hab zu spät gesehen Sind da wieder 500... Zerber auch noch nie Ja... Wider hat es nicht connectiert, ey Willst du mich verarschen, ey ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist schon vorher einfach Oder das Ding läuft aus Da ist der letzte Lockierungsflager Gut, dass wir da mit dabei haben Warum sollten wir auch zusammenspielen? Also Ich meine, ich bin mittlerweile an Nebuo Durchgekommen Vorbeigekommen So Ich denke mal, ich habe nicht mehr Schwierigkeiten, aber Weg damit Okay, jetzt bin ich ja nicht Doch Ja, komm, ich farm aber jetzt noch ein bisschen Kido Nichts, weil wir das machen können Das mache ich jetzt nicht um mich zu overleveln oder so Nur um an Sachen heranzukommen Die ich jetzt schon Und langsam gerne haben möchte Man hat daraus Mehr Vorteile auszuziehen Daraus mehr Vorteile zu ziehen Egal Ja Mein Deutsch war jetzt nicht wirklich Das Beste Grammatikalisch Ich gehe wieder ganz zurück Ich gehe wieder ganz zurück Mal schauen, ob er da jetzt mal ein bisschen rüber Schade Autsch Ja Ja, glaube ich, dass du mich verstanden hast Trotzdem hört er für mich das irgendwie falsch an Was ich da gerade gesagt habe Keine Ahnung Also Also nicht ganz so nice, aber ja Natürlich So, dass man halt versteht Und ich fange damit auch noch auf zu erinnern Cool Und Und das Mit anderen Haben die nicht mal mehr Kiel gegeben Ist der Vogel eigentlich wieder da? Ja Natürlich hast du mich gesehen Ja Ja Der Vogel ist wieder da Das ist so weh tut Ich sage das Ich gehe das Ich gehe das Wie Sie 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 Achtung! Ah, der ist jetzt schon wieder erledigt Ah ja, ich vergesse diesen Effekt mit einem Schock Was? Wo kommt der jetzt plötzlich her? Oh mein Gott Nee, jetzt kommt das andere Ding auch noch her Willst du mich verarschen, ey? Okay, das war ein Fehler, damit der Kopf ist der Ist das Ding jetzt ins Wasser gefallen? Das Ding ist gerade echt ins Wasser gefahren, oder? Wow Wobei wir... oder? Ja, das Ding ist echt ins Wasser gefahren, warum? Okay, interessant Und warum habe ich jetzt weniger Key? Ich hab doch... Ey, das macht gerade keinen Sinn Ey, der hat mir doch Key zurückgegeben, oder nicht? Mein Key Wieso habe ich jetzt plötzlich weniger? Ach komm, das ist absoluter Schwachsinn, hier noch 40.000 Keys zu farmen Ach, Mann Eigentlich müsste ich 20.000 mehr haben Keine Ahnung, warum er mir das nicht zurückgegeben hat Ah, dann auf ins Bus... auf in den Bus fahrt Das war jetzt wieder eine schöne Zeitverschwendung Das war jetzt wieder eine schöne Zeitverschwendung Weil ich eigentlich gedacht hätte, ich könnte einfach so schnell immer noch ähm... Na ja... Ränder 40 Minuten Ich sollte da drin sein Wenn man nicht, dass ich für den Bus länger brauchen werde Äh, was ist jetzt? Ach so Well, Tiger Sunshine Care to join me now? Tempt me all you may I will not join forces with evil Let'cow go Too bad Oh mein Gott. Oh man... Oh man... Interessant... Father! Cover your senses! Son... You know I'll never move back! You know I'll never move back! Take it! 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 Why does everything look so red? Take it! Ah... It really is... Fah! Sankito enttäuscht mich ja masslos in diesem Spiel. Wahnsinn. Oha! Wer war das? Ich hab da mal Gift an, ey. Na gut, dass ich so wild dran gehabe. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach, shit. Ah, fast. Oh! Das wäre auch viel zu schön gewesen. Aber der zweite Versuch wird's. Boah, hab ich ja nichts. Nein, das war noch eine Hauptschaft. Dann eine Neben-, oder zwei Nebengeschlachtfelder? Ja, keine Ahnung, wo ich das herbekommen habe. Auf jeden Fall habe ich da, oder habe ich da auch eine bekommen? Na ja, ich denke mal nicht, dass ich bei Lobo noch irgendwie einen, ein oder zwei Heimträcke mehr habe. Oh Gott, ich lasse mich wieder so schön eke auftreffen, naja. Ich lasse mich wieder so schön eke auftreffen, naja. Ich kriege da noch nicht. Aucci. Ja, was du hier möchtest, bringt das mit mir schon. Ja, was du hier möchtest, bringt das mit mir schon? Oh, nicht wirklich was. Interessant. Scheiße. Ach komm, Alter, da bist du mal dumm hier drauf. Lächerlich, wirklich. Wer hat das Ding gesagt... Das Rode ist... Und der ist sich so komisch bewegt. Warum sehe ich das nicht so gut? Wann ich wirklich... zur richtigen Zeit verringen kann. Oder das irritiert mich halt ein bisschen. So, die Farbgebung. Oh, das hat mich ja drauf gemacht. Autsch! Da. Ich glaube, das bittet schon. Du bist so wie ein Objektiv. Ach, oder? Ich kann's still fight. Das ist ganz schlimm. So, ich denke, das ist ein Objektiv. Ich habe ihn zuvor. Ich bin jetzt nemmen. Oh, ich könnte es noch nicht so. Oh mein Gott, da... Ja, herrkontet man den Zauber. Dreckig. Autsch! Never mind, ey. Komm, ich hatte ihn vor, beim ersten Versuch. Heiliger Scheiß, der haut rein, wenn er nur noch wenige dem hat. Das ist absolut das Schwachste, ne, wirklich. Hey, was schlägt dann Metall? Erde? Aber Feuer, Eis ist es nicht. Und Holz macht es gut. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was? Okay, ich hab das gerade noch irgendwie überlebt. Boah, jetzt haben wir Eingriffe zu Perrin, das sind echt schwer, ey. Das ist überhaupt nicht gut gerade. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe eine Chance für die Stadt zu helfen. Ich habe meine Skin, jetzt lass mich meine Appreciation zeigen. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist eigentlich gelaufen, wenn ich ihn brechen kann, ey. Müsste gelaufen sein. Sender brecht mich wieder, ey. Ah, wie das so extrem knapp, ey. Meine Fresse, unglaublich. Dass ich dafür jetzt wieder 100 Versuche brauche, mindestens. Gefühlt, nee, mindestens. Mindestens 100, nicht, aber... Gefühlt. Mehrere Dutzende... Ich weiß auch nicht, warum ich immer mit der Taube betreiben muss, aber das ist irgendwie, keine Ahnung. Eine Gewohnheit. Eingebrannt. Ganz vorne, mein Wortschatz, keine Ahnung. Lächerlich, ey, wirklich. Ja, das ist... Weil ich ihn nicht richtig pairing kann, ey. Oder das ist irgendwie nicht... Äh, schaffe. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt... Ich weiß nicht, warum ich esse jetzt nicht richtig ähnliche Hinko bin. Ich weiß, wie ihr es jetzt schon wiederambelstellt. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nicht hätte. Ja, ich weiß nicht. ich überlebe ich die scheiße stelle ja 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 Ja, 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 ja. Und da hatte ich jetzt solche extreme Schwierigkeiten. Naja, muss auch mal sein. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und einen Tag, bringe Ordnung an diese Lande. Deine Klauze sind nicht die von der Tiger und wie unsere. Aber wir wollen Sie presentiert, als wir aufstehen. Dann fliehen wir nach einem blöden Zukunft. Als die Könige übersehen, eine Helle von Prospettung für alle. Mit unserem Schiff aufgelöstet mit diesem liebten Taos-Taus-Severrten-Head. ... 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 Das ist der einzige Tod war jetzt aus der Uhrreihe oder da nochmal Sinki folgt. So, man hat das wieder gedauert. So, ach Gottchen, wie lange das lädt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zu irgendwas anderem komme. Oh, meine Güte. Warum lebt der noch? Ah, da ist die Ajo dabei. Was ist gerade im Song der Augen? Oh, meine Güte. Ey, ich hab alles, Mann. Sind sich alle gleich aus. Oder ähnlich. Ne, das ist nicht die Aochan. Doch, ist es okay. Ne, das ist schon eine andere, also... Tja, okay, ja, was für ein Zehner. Treffen wir jetzt... unsere... Ping-Tong? Ne, Ping-Tong. Ach, geil. Wie heißt sie jetzt? Hong-Chin, ach so. Ach, das ist meine Güte. Da hat sich ja viel getan. Mengde? Wurde die... Wurde er nicht von, äh... Von, äh, Yuan Chao, äh, genau, äh, Amann genannt? Oh, mein Gott, ey. Muss ich das auch nicht verstehen. Warte, bofo. Samo. Ja, wenn man denn Helm Eccles könnte das wirklich voll geil sein. Benjo, ladies son. Die heißt immer noch ladies son. Was sind das für Leute? Pokal. Ah, der Name sagt man tatsächlich auch was. Oh, was ist der denn beinahe am E-Zen trägt, ist in Kriege... Okay. Das geht zu schnell. Ah, muss mal nicht passieren. Ich weiß nicht. Was ist das? ein bisschen was fehlt dass ich habe das schon aktiviert wo ist das sich das richtig ach nee da vorne das ist meine Standard ich kam hier mit Hong-Jing, als wir unsere Suche für die Elixir ich weiß nicht was ihr Plan war, aber sie hat die Forte entstanden ich möchte, dass du in die Forte gehst und sie zurückkriegst Hong-Jing ist aber nicht die Art schon also reisen die Träune untertan 53 53 es zogt um die Zukunft des Clans hat die Gefolgsmann Jing-Poo um ein Duell umsehen können zu verbessern ach so ein Übungskampf, ja gut, das nehme ich jetzt noch schnell mit 10 Minuten habe ich nachher, da muss ich echt davon angehen ich weiß auch nicht warum ich mir den Namen nicht merken, Hong-Jing heißt sie oder? ich weiß nicht ob Hong-Jing wirklich sich nur so nennt und eigentlich die A-Chan ist oder andersrum als die A-Chan sich später ausgibt und dann irgendwie mit Blue Bull abhaut keine Ahnung aber ich glaube das sind doch zwei andere, äh zwei verschiedene Personen ich meine ähnlich sind sie alle irgendwie bei Lady Sam bin ich mir auch nicht sicher ob es jetzt eine andere ist oder die sind die später die dann was weiß äh glaub ich was mit Kaupi im Laufwand oder das so den Eindruck macht Huren ooooh ok interessant ooooh what ok 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 halt kann ich ... ... ... ... ... ... ... ... ja schon ein paar soldaten das ist das 1 gegen 3 ach das ist brutal einfach ich mache diesen nebenstaaten nicht mehr ohne witz kann ich das irgendwie entgehen dass wir alle drei zusammen angreifen dass er gleichzeitig auf mich losgehen das ist das ist purer wahnsinn er wirklich er muss auf einem moment war dieser moment was nicht hey die sind ja wahnsinnig ich habe es also wenn es jetzt nicht klappt muss ich das beenden ja drei wisse sagen das ist schon fair genug ja ich musste irgendwer von anderen wenn ich will es stoppen verdammt es ist es ist es 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 Der Mann ist sterner, stop! Die sind sehr wahnsinnig, wirklich. Da empfunden eine Stärke 53 zu machen. Die sind sehr wahnsinnig, wirklich. Das war's für heute. Ich musste mich das jetzt treffen Oh mein Gott ey Die ist in Zukunft drauf ey was ist das In der andere Ja, da ist er. Wow! ja richtig geil wer hat sich die scheiße nur ausgedacht ohne witz man muss sich dafür die scheiße Stark das war ja dumm von mir ihr seid wahnsinnig ey was will das spiel von mir ja ich finde ich richtig geil gerade dass sie mich zu dritten fertig macht wie zu hell soll ich das schaffen sind da richtig krank drauf ohne witz ja 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 lass zwei ey ich lass den schmutz jetzt einfach dran ey ohne witz dass wir mich geradezu beendet ja 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 was erwartet das dass ich drei geht auf weil er schweiß ich bekomme nicht mal ein tor der witz und sich das schafft man ja ohne witz er was erwartet das spiel von mir meine güte das auf 53 da finde ich ja nur alleine noch angenehmer das absolute schmutz okay das war gerade echt wieso habe ich jetzt will ich kann ich kann eben so schnell meinen würden bereich wie soll das funktioniert das war ohne witz wie soll die schweiße funktionieren hört mir das mal wie soll die schweiße funktionieren so wie die Idee auf mich losgehen auf der Schaden vermag reint ja okay Paren funktioniert auch nicht Geh! Ich werde auch fighten. Ich glaube, dass du dich unterstützt, Medigo. die nicht wenigstens weniger leben haben oder so oder schneller sterben wenn die schon zu dritt auf mich losgehen meine frisse ja 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 Jetzt bin ich durch das Fall. Jetzt bin ich durch das Fall. letzte versuche ich darf nie wieder wo oder ich bleibe einfach bei destiny souls ich darf nie wieder dann ist der falls ich sollte jetzt aufhören und ich werde nie wieder vor der arbeit das spielzeug ja kiptojt ist das da Das war's für heute. 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 Das war's für heute.